Der bringt! Also der brannte von sich schon! Brandt schon! Oh oh oh! Oh oh oh! Das ihr können kann ich auch! So, den haben wir! Und den haben wir auch! Ich hab Hunger! Wie schön für mich! Mir geht's gut! Mir geht's gut! Alles wird gut! Essen und heilen ist eine gute Idee! Apropos! Mehr zur Heilung haben wir nicht! Das hier heilt nicht! Macht ein bisschen Laufgeschwindigkeit! Ist jetzt nicht so! Verbände können wir auch nicht unbedingt herstellen! Also zumindest keiner von denen! Von denen hier! Da fehlt uns noch ein bisschen was! Und den möchte ich ehrlich gesagt noch aufheben! Sind wir hier bald durch? Ja da wusste ich doch hier sind ein paar! Aber die scheinen beide! Halbwegs harmlos! Gut! Schlimmer kann's ja mit unserer... Wait! Unserer ist nur Level 2! Der ist Level 3! Danke für deine... Danke für deine... ...Dienste! Den nehmen wir mit! Sooo... Holzklappen! Da! Fünf Stück kann ich herstellen! So hören gucken geht! Du isst mal eben was! Alles klar! Dann lass dir schmecken! Ich will da nicht runter! Irgendwo muss hier noch die blöde Kiste sein! Ich hab grad was gehört! Die Kiste ist... Nee! Kommen wir wahrscheinlich noch hin! Wo auch immer der sich gerade durchballert! Ey! Ich kotze im Strahlen! Ey! Ich seh das doch! Noch einer! Ja! Kommt alle hier runter ins Wasser! Es ist so schön herrlich! Kühl hier unten! Ein wortwörtliches Blutbad! Hä? Sind die noch oben? Die sind auch nicht die schlauesten hier, wa? Hallo? Ich bin hier, ihr Vollposten! Ne? Haben wir sie? Nee! Jetzt haben wir sie! Und irgendwo hat sich drüben gerade aber irgendwas durchgehauen! Die zuckt noch! Ja! Die darf da mal... Ein bisschen rummachen! Das ist okay! Klingt sehr aggro! Hallo? Oh! Eisen! Sehr, sehr cool! Äh! Ich hab hier ein bisschen zu viel Zeug! Shit! Ich nehm das mal auseinander! Wir brauchen das gerade eh nicht! Also, wo auch immer die sich durchgräbt, sie ist sehr stark, wie es scheint! Oh, hallo! Was ist denn? Maismehl? Maismehl? Hopfensamen? Bisschen Erde! Ist halt die Frage, was brauchen wir hiervon überhaupt nicht? Schnappolieren wir das mal kurz weg! Nehm... Halt! Nicht das, sondern das auseinander! Pfeifen uns doch das Ding ein! Einfach, um ein bisschen Platz zu sparen! Ups! Das brauchen wir nicht! Wir sammeln schon wieder zu viel Zeug! Jede Menge Maismehl! Was haben wir hier? Plastik! Können wir mitnehmen! Was haben wir da? Und die Chemway-Kiste! Was haben wir hier? Das würde ich eh nicht mitnehmen wollen! Das Bier möchte ich eigentlich auch nicht mitnehmen! Ja, schön, dass ich Lust habe zu raufen! In-Game! In-Real-Life! Nicht unbedingt! Äh... B-b-b-b... Warten wir immer noch! Warten wir immer noch auseinander! W-b-b-b... Ich hab Angst! Schlimmer geht immer! Immer! Ja! Definitiv! Ich möchte gerne erstmal kurz den Rausch abwarten... Das war eine dumme Idee! So, essen und trinken... ...geht noch! Wir holen uns mal kurz die Eier hinter. Warum bin ich so blöd? Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Ist er der Einzige hier unten? Ich hoffe. Ich kann wieder zielen. Das war nicht der Einzige hier unten. Das war nicht der Einzige hier unten. Das war nicht der Einzige. Irgendwo ist noch einer. Oh, die Infizierung. Oh, shit. Da hinten. Oh, ich seh dich. Oh, den Hund hatte ich? Okay. Vor allen Dingen irgendwo ist noch einer, ne? Oh, ätzend. Die muss sich irgendwo oben runterbuddeln, ne? Ätzend. Ich frag mich nur, wo die sich durchgräbt. Ne, der ist leer. Leer, leer, leer. Wo kommt die? Ich hör sie, aber ich... Nee. Nee. Wow. Nee. Von da nicht. Die muss sich irgendwo von oben durchgraben, hab ich den Eindruck. Nice. Noch in einen Topf. Also, Essen... ...hätten wir gar nicht mitbringen brauchen. Will ich hier schon durch? Ich weiß nicht. Will ich das? Will ich das? Wir sind ja noch lange nicht durch, ne? Da kommt wahrscheinlich noch was. Nehme ich mit. Eisen muss. Das geht auch. Jetzt von mir im Hintergrund macht mir echt Angst. Da kommt er mal näher. Nein. Hallo? Uh. Was nehme ich mit? Warte mal, was habe ich hier noch gekriegt? Kurze Eisenrohre. Die nehmen wir auch mit. Alles, was man auseinandernehmen kann. Uh. Haben wir hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Nicht direkt. Man könnte sich jetzt einen neuen Verband machen. Da ist jemand. Kann ich den von hier durch erwischen? Ja, kann ich. Oh oh. Nein. Oh oh. Was habe ich getan? Warte. Halt, halt, halt. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Bleibst du liegen? Liegen bleiben. Da kommen noch welche? Da kommen noch. Gut, du bist harmlos. Der Rest ist nur Walking Dead. Not Running Dead, but Walking Dead. Das ist okay. Mit Walking Dead komme ich klar. Ah, welchen Schreck gekriegt. Irgendwo gräbt sich immer noch einer durch. Mein Inventar ist voll. Warte. Kann ich nicht auseinandernehmen? Und davon fehlt noch ein bisschen. Das ist bald leer. Dafür rennt der Puls. Aber sowas von... Der rennt wirklich echt gut gerade. Aber wir machen mal ein Verband. Dann machen wir einen Erste-Hilfe-Verband. Und schon haben wir wieder zwei Punkte mehr. Und schon können wir das Ding mitnehmen und auseinandernehmen. Und ich wette, hier kommt noch mehr. Ich wette, das war es noch nicht. Die letzte Horde kommt noch. Ich habe Angst. Ich habe so scheiße Angst. Why? Ein bisschen geht mir wirklich die Muffe. Aber ich sag mal. Wir sind ja an sich... ...recht gut aufgestellt. Leberkäse könnte sich reinlegen. Diese eine Zombie irgendwo im Hintergrund, ne? Ah, ätzend. Darf ich jetzt nach Hause? War das jetzt der letzte? Säubere Gebiete. Also wir sind hier noch nicht durch. Lebt der noch? Der nicht? Hä? Wie? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Vergiss es. Naja, es ist ja eigentlich logisch, ne? Dass man hier so kurz auf den letzten Drücker noch einen reingedrückt kriegt. Die sind ja noch nicht mal beim großen Loot angekommen. Wir haben hier noch nicht alles gesäubert. Uh, mechanische Werkzeuge Quali 5. Geilo. Und dann haben wir immer noch diese eine Dame, die sich von irgendwo runter... Warte mal, waren wir hier nicht schon mal? Ach, oh, ach, das hier ist aufgegangen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hoch. Wir sind noch nicht fertig mit Säubern. Wir haben bald Nacht. Ich hab Angst, ey. Das wird noch... ...dies. Da ist verschlossen, da nicht. Okay. Ey, dieser eine Zombie, ne? Der will's aber auch wissen. Ja, hier sind sie. Ah! Ah! Wo ist er hingesprungen? Wo ist das... Wo ist das aus? Da ist das aus. Puh, 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 puh. Ich will hier weg. Wir müssen umwechseln, das andere Zeug ist leer. Ich dachte, du hättest gelahnt, du scheißweil blöde Nuss. Du dumme Nuss, du! Hilfe, 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 Hilfe! Gehst du, Gott? Geh weg! Ich sterb gleich! Ich bin tot. Was ist denn im Tresor? Keine Ahnung, werden wir nicht mehr rausfinden. Scheiße! Ach, Menno, ich bin so weit gekommen. Die Quest war fast rum. Ah, das ist fast Nacht. Also das machen wir jetzt auch zu Ende. Ja, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ja, es ist unerträglich heiß, ich weiß. Wir müssen hier lang. Oh Gott, den ganzen Weg. Den ganzen Kackweg, ne? Nochmal. La 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 abkürzen das stimmt wir haben ja parkour das heißt wir können uns das leisten hier auch ein bisschen unter zu springen hier abkürzen ist nicht komm hoch keine ausgabe ach ausdauer stimmt ja da war was hauptsache uns begegnet jetzt niemand mehr ich bin das na wie schön ein glück sind wir im bikini jetzt sind sie noch kalt ganz toll mein verkackter rucksack da ist mein verkackter rucksack okay wir haben unser zeug wieder nachgeladen ist und das ist nacht also die quest ist vorbei ne aber wir sind diesmal besser weiter vorangekommen als letztes mal was ja auch schön ist also tatsächlich da bin ich auch ein bisschen stolz drauf aber nur ein bisschen wie wäre es lieber wir hätten es geschafft natürlich sind doch ein paar hier ich sehe den doch wie viele werden es ein teil hatten wir ja schon man das ist ja noch einer stirb endlich ich bin schon wieder infiziert es ist unglaublich anders jetzt keiner die bürtiger ich raum nicht weg er sind regelt okay aber hier scheint sonst ordentlich nichts mehr zu sein man hätte sich vielleicht die panzerbrechende muni fürs ende auf ja komm hier noch mehr ich will nicht mehr ah wuhu mach den weg frei mach den weg frei oh gott ich habe die tür hinter mir zugemacht ich trottel ich lebe noch ich lebe noch die frage ist wie lange ich sterbe gleich alter wieso lebe ich noch ah 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 aber wir sind wieder ein stück weiter das noch 20 mal wir haben es geschafft aber jetzt gerade ist kacke jetzt mitten in der nacht ist echt kacke äh ja man muss das jetzt durchziehen ne das blöde ist oh oh sonst darf jetzt kein zombie sehen wir halten uns von dem schön fern und versuchen es nochmal mein schöner rucksack nein und der alter hat uns nicht gesehen rein hier rein hier jetzt habe ich sie hier selber in die luft jagen ist ja okay weißt du wir waren so nah aber wohin führt das frage ich mich allen ernstes ich hätte den knopf drücken sollen ich glaube dann wären wir jetzt um einiges schneller unterwegs stattdessen nochmal einmal quer durch den gesamten bunker boh bahpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa hallo ich möchte rein.. danke Hallo? Mädel Ich glaube das war der fett . von draußen. Zumindest hoffe ich, dass es der Fertzock von draußen war. Abends, er respawnt jetzt nix. Oh Gott. Einmal ne Quest schaffen auf fünf Schädel. Einmal. Zugegebenermaßen, es sind hier fast sechs. Scheiß Licht. Trotzdem. Es ist frustrierend. Zünde eine Fackel an. Warte. Sonst ist es ganz schnell wieder warm. Könnt ihr mal aufhören, euch da oben selber in die Luft zu jagen? Idioten. Wo ist eigentlich mein Rucksack? Alle oben. Rucksack. Rucksack. Drei Fuß, Rucksack. Drei Fuß. Ja, diese blöde Tür. Wenn ich die nicht zugemacht hätte. Aber nein. In meiner Panik mache ich vor mir die Tür zu. Hab ich gerade einen Schreck gekriegt. Alter. Ich hätte erst nachverladen sollen. Oh Gott. Ich wollte nachladen. Da kommen noch so viele. Oh was? Warum? Warum lebst du noch? Stirb! Ich hab Angst. Wo kommen die Geräusche her? Seriously, wo kommen die Geräusche her? Kommen die von oben? Oh, die sind bestimmt hinter der Wand da. Die sind hier hinter. Ab und zu, wenn die durchglischen, kann man ja einen erwischen. So, einen sind wir los. Oh oh. Das machen wir mal schön so. Wir machen hier schön sauber, ja? Auf die Art. War's das? Nein. War's das jetzt? Immer noch nicht? Oh, danke schön. War's das jetzt? Ich glaub, das war's. Das war gut. Also, wesentlich besser. Das hat er schon schön für uns aufgesprengt. Das ist sehr lieb. Taktisches Sturmgewehr. Das ist besser als unseres, ne? 60,5. 60,5. Ja, doch. Das taktische. Ja, definitiv. Magazingröße ist vielleicht kleiner, aber das macht nichts. Wir reparieren das Ding mal und nehmen das hier gleich mal ein bisschen auseinander. Machen wir das mal so. Ja. Genau. Dann verändern wir das. Packen das noch mit rein. Dann verändern wir noch das. Nehmen das wieder raus. Und packen das da noch mit rein. 60 Schuss. Sehr schön. Und dann können wir nämlich das alte, das da, auseinandernehmen. So, das haben wir. Äh. War das jetzt eigentlich alles, oder kommt da noch was? Wer kennt sich aus? Wir brauchen mehr Muni. Und dann können wir das noch mit rein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020